Hallo Leute, heute zeige ich euch mal meine Ladesäule, meinen Schnelllader, nein Quatsch, nicht meiner, aber der ist fußläufig von mir erreichbar. Ich habe früher eigentlich ständig geladen, alle zwei Tage oder so, oder teilweise auch jeden Tag. Das ist hier eine Westfalen-Tankstelle, die haben hier einen Triple Charger, schon seit 2013 stehen und glücklicherweise ist so einen Kilometer von mir entfernt. Ich kann das Auto schon mal hier stehen lassen, nach Hause gehen, eine Stunde später wieder kommen abholen, wenn es voll ist. Ja, ich lade jetzt hier gerade nicht, weil es nicht nötig ist. Ich bin hier nur kurz vorbeigefahren für das Video. Ja, gratis, wie gesagt, Triple Charger, 50 kW. Ich ziehe mit dem Leaf hier immer 45, 46 kW, sowas um den Dreh. und ja, die hatte schon ein paar Aussetzer. Also, ja, die war mal gestört, zweimal irgendwie, mal einen gewissen Zeitraum. Habe ich gar nicht so sehr mitbekommen, habe ich schon gelesen. Jetzt tut es wieder. Gerade eben ist hier noch ein Ioniq gestanden, vollgeladen, gerade weggefahren von einer Minute. Ich werde jetzt hier nicht anschließen, wie gesagt, ich brauche das nicht. Zum Standort hier, hier gibt es eigentlich nichts. Eine Tankstelle, hier gibt es McDonalds und einen Burger King. Sonst kann man sich hier die Ladeweile eigentlich gar nicht richtig vertreiben. Es ist super erreichbar. Das ist hier direkt neben der Autobahnausfahrt Köln-Bocklemünd oder A1. Das ist 500 Meter von der Autobahnausfahrt entfernt oder so. Also, wenn man von der Autobahn runterfährt, nicht Köln-Einwärts, Stadt-Einwärts, sondern in die andere Richtung, Richtung Pulheim-Rommerskirchen. Auf die B-59 fahren und dann ist es ja nicht zu übersehen. Die Westfalen Tankstelle groß beschildert. Hier direkt in der Einfahrt, neben der Einfahrt rechts, steht dann diese Säule. Also, ihr seht, hier ist die Einfahrt. Da vorne ist die B-59, wo der LKW jetzt gerade langkommt. Hier vorne ist die Einfahrt. Da geht es halt zur Tankstelle. Und direkt hier neben der Einfahrt ist diese Säule. Einfach gut. Ich habe einfach Glück, hier zu wohnen. Infrastruktur passt für mich. Ja, viel mehr gibt es hier gar nicht zu sagen. Kurz und knackig. Meine Ladesäule. Also dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.